Hm, scheint ein melancholischer Menschenschlag zu sein. Na dann los. Entschuldigen Sie, wir sind keine Mexikaner, wir sind fremd hier. Würden Sie uns bitte sagen, welches das beste Hotel am Platz ist? Wir haben hier kein Hotel. Na großartig, kein Hotel. Ich könnte glatt jemanden umlegen. Verzeihung, sind Sie die... Klar, wer denn sonst? Er hat uns erkannt. Wir haben schon gehört von euch. Ich sag's ja. Ich habe eine Nachricht für Sie. Sie möchten hier warten, hat der Deutsche gesagt. Hm, ja. Na schön, da ich nichts besseres vorhabe, trinke ich jetzt ein Bier. Wir haben kein Bier, nur Tequila. Was ist ein Tequila? So eine Art Bier. Und macht es dick? Was soll es tun? Also, wenn es so wie Bier ist, nehmen wir es. Drei Tequila. Gern, sehr gern, Amigos. Amüsiert euch nur. Ich möchte euch drei nur ganz herzlich bitten, macht keinen Ärger. Okay? Danke sehr. Ich sag dir, eins kommt mir Spanisch vor. Hier sehen alle so grimmig aus. Das ist Verlegenheit. Die haben uns bisher nur auf der Leinwand gesehen. Hey, wir sind Menschen wie ihr. Seid doch locker, Leute. Da ist die. Geh mal wieder ans Klavier. Oh nein, 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 nein. Ich hab ne Ewigkeit nicht in die Kasten gehauen. Das ist, äh, schon so lange her. Okay, wir werden jetzt etwas zum Besten geben, aber wir sind etwas eingerostet. Hab mit uns Geduld. Wie in den alten Zeiten. Dann los. Wie in den letzten Jahren. Mein little Buttercup Has the sweetest smile Dear little Buttercup Won't you stay a while Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020